Markus Abbertska ist ein ungewöhnlicher und doch wieder kein ungewöhnlicher FPÖ-Politiker. Ungewöhnlich ist die breite persönliche Wertschätzung, die er auch beim politischen Gegner erfährt. Kaum eine Landtagsdebatte oder sonstige öffentliche Diskussion, in der Mitbewerber nicht anklingen lassen oder deutlich machen, dass man den Markus eigentlich persönlich sehr schätzt und auch auf sein Renommee als Jurist hinweist. Daraufhin kommt aber meist ein großes Aber. Aber die Partei, aber die politische Positionierung. Er kam mit fast allen und viele können mit ihm. Die politische Laufbahn von Markus Abbertska begann im Alter von 17 Jahren beim Ring freiheitlicher Jugend in Vorarlberg. Dort war er im Landesvorstand und als Obmann der Ortsgruppe Dornbirn tätig. Während seines Studiums in Innsbruck war Abbertska auch im Ring freiheitlicher Studenten aktiv, wo er im Zuge der ÖH-Wahl 1999 als Spitzenkandidat antrat. Mit der Innsbrucker Gemeinderatswahl im April 2012, bei der er für die FPÖ auf Listenplatz 4 kandidierte, zog er in den Innsbrucker Gemeinderat ein und wurde dort von seiner Fraktion zum Klubobmann gewählt. Im Herbst 2015 kam es dann zu einer Rochade in der freiheitlichen Landtagsriege in Tirol. Seit seiner Angelobung am 7. Oktober 2015 ist er stellvertretender Klubobmann und sitzt im Ausschuss für Gesellschaft, Bildung, Kultur und Sport sowie im Ausschuss für Rechtsgemeinde und Raumordnungsangelegenheiten. Am 9. Januar 2016 wurde Abbertska schließlich in Kuhstein am 31. ordentlichen Landesparteitag der Tiroler Freiheitlichen mit einem Ergebnis von 91% in seiner Funktion als Landesparteiobmann für weitere drei Jahre bestätigt. 19,62% im Jahr 1999. So lautet das bisherige Rekordergebnis der Tiroler Freiheitlichen bei einer Landtagswahl damals noch im Soge des bundesweiten Aufstieges unter Jörg Haider. Auf 15,53 kam Markus Abbertskas FPÖ bei seinem ersten Landtagswahlkampf als Frontmann im Jahr 2018. Der ganz große Triumph blieb damals mit einer möglichen Verdoppelung der Prozente zwar aus, ein starkes Ergebnis war es dennoch. Die Ausgangslage ist eine günstige. Die Tiroler Landespartei setzt offenbar darauf, dass die Menschen den Tiroler Urneingang diesmal als Denkzettelwahl benutzen wollen. Noch dazu angesichts der ersten größeren Wahl nach den zweieinhalb Jahren Corona. Teuerung, Inflation samt Sanktionen und Neutralitätsdebatte, die vorhandene Spaltung der Gesellschaft, geortet kommende Migrationsströme, die ÖVP-Affären im Bund und so weiter scheinen aus blauer Sicht zudem Auftrieb zu geben. Der in Axams nahe Innsbruck lebende Abbertska gilt als Workaholic. Neben Partei- und Landtagsfunktion hält er keinesfalls eingeschränkt die Kanzlei am Laufen. Auf Social Media ist er omnipräsent. Unter dem Wahlkampf geht Tümmel, weiß er sich zu stürzen, an Zeltfest, Dorffest und Disco besuchen etwa mangelt es nicht. Abbertska gilt als absoluter Familienmensch, er ist mit einer Deutschen verheiratet und Vater einer Tochter. Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Skifahren und Bergsport im Allgemeinen.